Hausmittel bei Kalziummangel Kalzium ist für den menschlichen Organismus unverzichtbar, denn es sorgt unter anderem für stabile Knochen und Zähne. Da der Mineralstoff nicht vom Körper gebildet wird, muss er mit der Nahrung aufgenommen werden. Reich an Kalzium sind vor allem Kuhmilch, Joghurt und Käsesorten wie Emmentaler oder Parmesan. Auch viele pflanzliche Lebensmittel sind wichtige Kalziumlieferanten. Hierzu zählen dunkelgrünes Gemüse wie Blattspinat oder Brokkoli, Nüsse, Samen und kalziumhaltiges Mineralwasser. Kalziummangel steht oft im Zusammenhang mit der Nahrung des Kalziums. Damit der Körper ausreichend Vitamin D produzieren kann, benötigt er das natürliche Sonnenlicht. Versuchen Sie daher, so viel Zeit wie möglich an der frischen Luft zu verbringen. Weitere Informationen zu natürlichen Heilmitteln